Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, und mit ihm wurden alle seine Engel hinabgeworfen. Nun kehre ich zurück, um gegen den Heiligen zu kämpfen, und wenn ich mit ihm fertig bin, siehe, dann wird der König zurückkommen. Wenn man dir etwas sagt, dann tust du es. Hol die Kamera! Nimm die scheiß Kamera in die Hand und hinterlass uns ein Meisterwerk!